Herzlich willkommen zum heutigen Podcast-Video. Mit mir dabei ist Luana. Hallo zusammen. Weisst du eigentlich noch, was wir am letzten Podcast miteinander besprochen hatten? Das ist schon eine Weile her. Sehr. Wir haben besprochen, es war ein abgekürzter Begriff, glaube ich, MVP, über ein minimal lebensfähiges Produkt. Aber ich denke, für mich und auch unsere Zuschauer ist es sicher nicht schlecht, wenn du das nochmal kurz wiederholen könntest. Sehr, sehr gerne. Ja, zum Glück habe ich auch als Unterstützung für mich dieses Buch. Das war eines der Bücher, was mich und Swiss Made Marketing, das Business am meisten geprägt hat. Und das Thema, das ist abgekürzt mit MVP, aus dem Englischen Minimum Viable Product, übersetzt minimales lebensfähiges Produkt. Genau, ich glaube, das ist das Produkt, wie die erste Version, wo ich mich, sage ich jetzt mal, traue, auf den Markt zu gehen, oder? Ganz genau. Und ich denke, vielleicht können wir uns das herkömmliche Prinzip und das MVP-Prinzip noch einmal ganz kurz in zusammenfassender Form anschauen. Gerne. Es geht ja darum, wenn wir uns hier diese Folien anschauen, herkömmlich hat man den Ansatz, dass man versucht, in einem Businessplan, ich sage nicht, dass Businesspläne grundsätzlich schlecht sind, aber in der heutigen Zeit, wo sich so viele Variablen ständig ändern, ist es unmöglich und nicht realistisch, wenn man sagt, ich erstelle einen Plan auf die nächsten zwei Jahre und definiere darin alle Schritte, die ich nehmen muss und ich gelange genau zu diesem Ziel. Das ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr möglich. Ja, natürlich. Wo ich hingelange, wo ich dann das Resultat aber bereits schon verkaufen kann. Ist ja dann auch sicher viel flexibler, weil wenn ich von Anfang an alles so strukturiert plane und dann merke ich irgendwie beim zehnten Schritt, oh, der erste hat nicht verhebt, okay, wo muss ich nochmals alles machen? Und beim MVP ist halt, okay, das funktioniert nicht wunschgemäss, dann ändere ich das jetzt sofort. Du sagst es genau richtig. Ich denke, die herkömmliche Art und Weise hat einfach das Problem, dass ich sehr viel Zeit und Geld schon nur für diese Planung investiere. MVP investiert dieses Geld und diese Zeit direkt in eine erste Version. Und was sind die möglichen Resultate aus dieser ersten Iteration? Egal, ob ich jetzt ein Jahr lang geplant habe oder ob ich schon direkt in die Umsetzung gekommen bin, letztendlich entscheidet ja der Markt, ob meine Idee, meine Lösung gekauft wird oder nicht. Und ja, das ist eigentlich hart, wenn man sich das so anschaut, aber das sind tatsächlich die einzigen zwei Resultate, die dann daraus entstehen können. Entweder es kommt an, die Menschen verstehen, was ich löse, sind bereit, Geld dafür auszugeben oder nicht. Ja, und wenn ich dann irgendwie ein Jahr hart investiert habe, um dann festzustellen, dass es nicht funktioniert und ich so viele Schritte zurück müsste, ja, dann habe ich die Energie und wahrscheinlich auch die Finanzen dann nicht mehr. Das ist genau das, was wir auf dieser Folie sehen, dass leider die herkömmliche Art und Weise, wenn es eben nicht klappt, zum Ende der Business-Idee führt. Und MVP, ja, ist natürlich diese flexible Möglichkeit, das etwas sehr Wichtiges erwähnt. Und man kann dann quasi im Laufe der Umsetzung, kann man sich auch den Gegebenheiten anpassen. Wie hast du das gesagt? Ja, genau, einfach, man ist viel flexibler, es ist alles viel dynamischer, etwas funktioniert nicht, ich erhalte Rückmeldung und ich passe es einfach gerade an. Und das ist genau dieser User-Feedback-Loop, auf was für Faktoren achte ich. Mein Ziel ist es ja zu verkaufen, also sprich, ich höre auf meine Kunden. Und entwickle das Produkt mit den Kunden, mit den echten Bedürfnissen, das ist die Idee, genau. Ja, klinkt, spannend, jetzt kommt mir auch wieder das eine oder andere in den Sinn vom Podcast und ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Jetzt aber die Frage, Sam, was ist die Grundvoraussetzung, bevor ich mit meinem MVP starten kann? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, man muss ja mal irgendwie etwas definieren, womit man weiss, in welche Stossrichtung das geht. Und die Art und Weise, wie wir das in unserem Programm und in unseren Trainings lernen, ist, man muss mal eine sogenannte Nischenformel definieren. Genau, das da Zusammenhänge mit diesen drei Kreisen, ist mir da etwas im Kopf. Ich glaube, haben wir auch schon einen Podcast dazu gemacht. Ganz genau, man hat ja die drei Kreise, man hat die Kunden. Kunden haben ganz konkrete Probleme, Bedürfnisse. Das ist ja das Wichtigste. Und dann kommen wir als dritten Punkt unter Angebot. Quasi die Schnittmenge von allen drei Bereichen bildet dann die Nische. Und diese Nische formulieren wir mit einem einfachen Satz. Im Englischen gibt es einen sehr coolen Ausdruck. Elevator Pitch. Elevator ist ja der Aufzug. Und ein kleiner Pitch, also wo ich dir halt meine Idee pitchen, also, wie sagt man, verkaufen muss. Und es ist so spannend, also es gibt viele Menschen, die businessmässig unterwegs sind und wenn man fragt, was machst du? Man braucht jetzt einen langen Aufzug. Genau, und im Schnitt dauert ja so ein Aufzug, Aufzugsgang, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden. Genau, und das ist halt die Idee vom Namen. Und ich denke, das ist auch das Ziel einer Nischenformel, dass ich in einem klaren Satz ganz genau eigentlich diese drei Kreise ausformulieren kann. Genau, so einfach ist das. Hast du denn da eine Formel für diesen Satz? Genau, die sieht man auf dieser Folie hier. Ganz einfach. Ich helfe Kunden, erster Kreis, zur Lösung des Problems, zweiter Kreis, mit meinem Angebot, dritter Kreis. So einfach ist das. Ja, und das schaffe ich dann in 15 Sekunden. Und es zwingt einen natürlich dazu, einfach zu denken, einfach zu formulieren. Und auch präzise. Sehr. Hast du ein Beispiel? Sehr, sehr gerne. Und zwar haben wir uns überlegt, okay, so ein sehr gutes Beispiel, um dieses Thema zu erläutern, ist, hypothetisch, wenn wir jetzt eine Lösung hätten für die Gewichtsabnahme. Das ist natürlich ein Markt, der ist riesig. Und wenn es mir gelingt, einen ganz spezifischen Teilmarkt mit einem Teilproblem anzusprechen, kann ich auch in einem ganz grossen Markt, wo viele sich bewegen, wo es grosse Konkurrenz gibt, kann ich mich ja trotzdem abheben, weil ich mich klar differenziere, weil ich ganz gezielt eine Gruppe anspreche. Und einfach als Beispiel habe ich hier mal eine Nischenformel zusammengestellt, wenn man sich überlegt, okay, ich würde jetzt Müttern helfen, muss ich vorstellen, die, also mit Kleinkindern, die haben einen sehr herausfordernden Alltag, ja. Aber haben natürlich auch vielleicht einen Wunsch, also das Wunschgewicht ist ein anderes und sie möchten es irgendwie erreichen, aber das ist natürlich eine ganz grosse Herausforderung in dieser Situation. Ja. Und zeigt aber plakativ sehr, sehr schön auf, wenn ich jetzt für, ja, diese Zielgruppe etwas ganz Konkretes anbiete und das in einem Satz formuliere, ja, dann spricht es ja genau diese Gruppe dann auch extrem an, also die, aber alles andere würde es ihnen ja nicht ansprechen. Wäre ja dann auch nicht die Zielgruppe. Genau. Und das zeigt vielleicht auch die Kraft oder die Macht auf, wenn man von Anfang an ganz genau weiss, wer genau will ich denn überhaupt ansprechen, mit welchem ganz konkreten Problem. Also ich denke, so die Herausforderungen von Müttern, die sind ganz anders als jetzt von jemandem, der vielleicht beruflich sehr engagiert ist und so weiter. Und da könnte jetzt die Nischenformel so lauten, ich helfe, Müttern mit Kleinkindern, ihr Wunschgewicht mit einfachen Rezepten, die für die ganze Familie geeignet sind, zu erreichen. Ja, perfekt. So, als Idee. Wirklich kurz, knapp und sehr deutlich. Halt auch so, ist natürlich schon ein bisschen Vorarbeit oder gewisse Vorgedanken in diese Formulierung gegangen. Da hätte man sich schon überlegt, ja gut, die Lösung ist natürlich etwas, was sich in den Familienalltag integrieren lässt. Damit es wirklich klappt, müsste auch die ganze Familie mitmachen. Genau, aber ich denke, das ist ja auch wieder, weil man sagt, der Problemkreis ist der wichtigste und das grösste Problem von allen Müttern mit Kleinkindern. Wann nehme ich mir Zeit für mich? Ich kann ja nicht, ja schön und gut, geh mal zwei Stunden joggen. Genau. Ja, aber dann habe ich wirklich das Problem der Mütter angesprochen, weil ich kann das integrieren in den Alltag und ja, ist genial. Und schon ein bisschen vorausgedacht, also wenn man sich überlegt, wir wollen ja mit Werbung in irgendeiner Form ja das Ganze dann umsetzen, kann man jetzt schon voraussagen, also eine Werbung, die dann so formuliert ist, das haben wir für Vorteile. Erstens mal die Targetierung dieser Werbung, sonnenklar. Also genau mit Targetierung meinst du wirklich, dass man nur die Leute erreicht, die man auch erreichen möchte? Ja, also wichtige Nachfrage, also was ich damit meine ist, also die Interessensgruppen oder die Demografie oder all diese Einstellungen, die man treffen kann, wenn man zum Beispiel eine Werbung ausspielt, ist klar, ich muss dann die Kriterien finden, mit denen ich Mütter mit Kleinkindern erreiche. So, aber dann auch die Werbebotschaft, die Werbeanzeige. Eigentlich habe ich schon die Werbeanzeige geschrieben. Ja, natürlich nicht ganz, aber man hätte schon eine ganz klare Ausgangslage. Und dann auch das Weiterführende, ja, genau. Und da sind wir eben aber genau bei diesem Punkt. Jetzt habe ich diese Nischenformel, so. Und jetzt immer wieder, also es ist wichtig zu verstehen, das MVP-Prinzip, das ist nicht etwas, was ich einfach einmal mal höre und lese und sage, ja gut ist. Das ist eigentlich eine Grundsatzentscheidung, die ich treffen muss, zu der ich immer wieder zurückkehren muss. Weil ich die Gefahr laufe, immer wieder, dass ich alles zu kompliziert dann weiterführe. Also bei jedem Schritt muss ich mir überlegen, was wäre jetzt der wahre MVP-Ansatz. Also das heisst jetzt, ich habe mein MVP gebaut, sage ich jetzt mal, aufgrund meiner Nische. Ja. Und dann will ich jetzt in die Werbung investieren. Ja. Wo muss ich denn, oder was ist der nächste Schritt, wo ich aufpassen muss, dass ich beim MVP bleibe und nicht zu kompliziert werde? Vielleicht, also das ist eigentlich das, was du jetzt gesagt hast, das ist das Ziel von vielen, ist, dass sie genau zu diesem Punkt kommen, wo sie dann Werbung schalten können auf ihre MVP. Aber ich glaube, genau da ist ja schon bei ganz vielen wahrscheinlich, also zumindest aus den Gesprächen, die ich regelmässig führe, genau da ist eigentlich schon die grösste Kluft. Also, dass man gar nie zu diesem Punkt kommt. Warum nicht? Weil man in dieses herkömmliche Konzept immer wieder zurückfällt nach dem Motto, ja, okay, ich hätte jetzt diese Nischenform, aber ich muss Expertin sein oder Experte. Ja, ja, ich muss eine Ausbildung haben, einen entsprechenden oder einen Abschluss oder ein Diplom. Ich muss mindestens ein Buch geschrieben haben, sonst kann ich ja nicht mithalten. Oder ich muss mindestens 50 Müttern nachweislich helfen, geholfen haben, dieses Ziel zu erreichen. Oder ich muss mindestens einen dreimonatigen Kurs schon vorproduzieren mit perfekten Videos und Rezepten und 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 und. Siehst du schon, wie das dann für viele eigentlich, wenn man sich ernsthaft damit befasst, eigentlich auf einmal schon wieder nicht mehr erreichbar wird? Also für die meisten ist eigentlich das MVP, das sie haben, dann zu schwach, um wirklich auf den Markt zu gehen. Weil ich habe eben kein Buch, ich bin kein Experte, ich habe noch das und dies und eines nicht gemacht. Und dann ist die Gefahr, dass man daran zweifelt und es eben doch nicht tut, eben doch nicht mit einem MVP auf den Markt geht. Aber mit dem MVP-Prinzip ist wichtig zu verstehen, es ist eine neue, wie soll ich sagen, Lebensweise im Sinn von dem Glauben an sich selbst. Also wenn man sich jetzt für diese Nischenformel entscheiden würde, dann hat man ja irgendetwas in sich, was Wert hat, was man weitergeben will. Also irgendwie kommt man ja auf diese Nischenformel. Also man hat das Wissen im Kopf, man hat vielleicht selber Erfahrung, man hat vielleicht halt noch nicht 50 Menschen geholfen, vielleicht sind es nur vier gewesen. Aber das genügt. Sie wissen, es funktioniert. Und immer wieder zurückkommen und sich überlegen, okay, was ist dann die kleinste Einheit? Die kleinste Einheit muss nicht eine dreimonatige, vorgearbeitete Übersicht sein, also mit ganz vielen Videos. Es genügt eigentlich, dass ich mir überlege, okay, wenn ich jetzt einen Kunden gewinnen könnte, wie starte ich mit dem oder mit dieser Mutter? Genau, also eigentlich muss ich an mich glauben, dass ich mit dem, was ich habe, wirklich gut genug bin und es funktionieren wird. Ja. Und dann den nächsten Schritt wagen, um irgendwie an die Kunden zu kommen. Ganz genau. Und das genügt. Und dann nicht in diese Falle reintapen vom ewigen Perfektionieren, bevor ich den ersten Abschluss habe. So. Weil, wenn ich eine Mutter gewonnen habe, dann genügt es eigentlich, ja, ich starte mal vielleicht damit, dass wir regelmässig uns per Telefon treffen. Ja. Könnte die Beratung sein, die ich anbiete. Und da genügt auch vielleicht am Anfang ein kleines Paket an Übersichtsblätter oder so einen ersten Teil eines Dokumentes. Und dann kann man das auch ehrlich sagen, dass es wie schrittweise werden die Infos weitergegeben, damit man nicht überladen wird mit zu vielen Informationen. Und ich denke, dass das Grundprinzip ist, man muss immer nur einen Schritt im Voraus sein. Das genügt eigentlich. Ja. Also ich denke, es ist ja auch für den Kunden viel praktischer, weil der erste Schritt, wo ich ja schon mich gewagt habe, ist, mich zu melden. Ja, genau. Und dann, ich weiss, ich habe, meine Situation ist so vor Ort, weil ich weiss wirklich nicht, wann ich mir wie die Zeit einteilen soll. Also bin ich doch noch so dankbar, weil ich eigentlich alles in kleinen Häppchen erhalte, weil das macht Spass, weil ich schaffe es. Genau. Oder bis zum nächsten Call, ich habe wieder, ja, etwas erledigt. Ich bin wirklich motiviert, den nächsten Schritt zu tun. Genau. So ist das. Ist wirklich aus Kundensicht genial, aber auch für mich als Beraterin oder Verkäufer, sage ich mal. Ich habe an mich geglaubt. Ja. Ich habe mal mein MVP auf den Markt gebracht. Und meine Kunden sind so motiviert, fortzufahren. Genau. Wir haben das noch etwas genauer hier auch visualisiert. Eben so das herkömmliche Prinzip, wo ich eben das Gefühl habe, ist halt so plakativ. Ich muss eine perfekte Box schon erstellt haben mit 20 Büchern, so viele Videos, CDs, was auch immer. Und alles, was es braucht, um anzufangen, ist eine einzige Landingpage. So. Und auf dieser Landingpage braucht es ein einziges Video und eine Handlungsaufforderung. Spannend. Aber dann bin ich bei der nächsten Herausforderung der Landingpage angemeldet. Genau. Und das werden wir in der nächsten Folge miteinander anschauen. Da freue ich mich riesig darauf. Aber ich denke, wir konnten, oder ich wünsche mir sehr, dass wir Sie als Zuschauer inspirieren konnten, erneut dieses Thema einfach ernst zu nehmen. Und in dem Sinne das Potenzial aufzusaugen, was eigentlich darin steckt. Im Sinne von, ja, es ist so vieles möglich, aber es braucht einfach so dieses Zurück zum Einfachen. So diese Bereitschaft zu sagen, okay, ich lasse einfach mal diese Perfektion auf der Seite. Ich gehe mal diesen ersten einfachen Schritt und entwickle wirklich konsequent mein Produkt anhand von diesem User Feedback Loop, wo ich anhand von den echten Problemen, echten Bedürfnissen dann das Produkt perfektioniere. Aber während diesem Prozess habe ich echte Kunden, die mir das dann auch finanzieren. Genau. Also, dass ich eigentlich immer, ich bleibe eigentlich immer am Ball und das sehr, sehr motiviert. Genau. Cool. Ja, genial. Wenn Sie mehr über dieses und noch viele andere Themen wissen wollen und auch noch viel mehr im Detail, dann unterhalb von diesem Video haben wir einen Button. Können Sie draufklicken und können Sie sich einfach mal anmelden für unser Consulting-Programm, weil wir eben genau diese und, glaube ich, noch viele, viele Themen mehr im Detail behandeln. Ich würde mich riesig freuen, Sie begrüssen zu dürfen innerhalb von unserem Consulting-Programm. Danke fürs Interesse und bis bald.